Hallo und herzlich willkommen liebe Freunde zu einem wunderschönen neuen Informationsvideo und zwar zum Kanaländerungsvideo. Wie ihr ja vielleicht mitgekriegt habt, würde ich jetzt meinen Kanal umstellen. Es wird also ein paar Änderungen geben, die ich tatsächlich jetzt hier durchführen möchte. Und zwar sind die gültig ab heute. Also ab dem Punkt, wo ihr dieses Video seht, sind die gültig. Und zwar habe ich ein paar Formate mit hinzugefügt, die ich gerne mit euch machen würde. Es hat ein paar Let's Plays gegeben, wo ich halt einfach zeitlich nicht hinterher gekommen bin oder wo ich mir halt gedacht habe, hey, irgendwie machen die mir jetzt gerade momentan nicht mehr so viel Spaß. Deswegen habe ich sie dann rausgestrichen oder sowas und es gab halt einfach keinen Fortschritt, den man gesehen hat. Und das war dann doch auch ein bisschen schade, weil zeitlich ist man halt doch immer ein bisschen begrenzt. Und deswegen möchte ich euch jetzt hier mal an dieser Stelle den neuen Kanalplan vorstellen, den Uploadplan vorstellen. Aber bevor der Uploadplan jetzt hier gleich eingeblendet wird, möchte ich noch eine Kleinigkeit sagen. Und zwar, ich habe ja auch vor, auf jeden Fall meinen Banner noch zu verändern. Das dauert aber wahrscheinlich noch den einen oder anderen Tag. Wahrscheinlich wird es erst nächste Woche oder sowas werden. Weil ich habe da jemanden, einen Bekannten von mir beauftragt, mir mal da ein cooles Banner zu erstellen und alles mögliche. Und ja, er hat einfach gemeint, er ist einfach noch nicht fertig. Deswegen bleibt er cool, Leute. Spanner kommt auch auf jeden Fall noch ein neues dazu. So, wir starten aber jetzt rein in den neuen Plan. Und der neue Plan sieht wie folgt aus. Und zwar genau so. Wir haben Monday immer noch. Warum steht da Monday und nicht Montag? Egal. Montag bleibt eigentlich relativ gleich, außer dass wir hier, außer dass wir nach Divinity jetzt kein Magic oder sowas haben, sondern Singleplayer-Let's Play soll jetzt hier mit reinkommen und zwar Punch Club. Punch Club ist das nächste Let's Play, das ich jetzt hier rausbringen möchte. Es kommt tatsächlich heute Abend, auch um 18 Uhr die erste Folge. Ich hoffe, ihr guckt da mal rein. Es ist wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Es ist ein sehr, sehr cooles Spiel. Es ist ein bisschen ein taktisches Spiel, wo man halt ein bisschen nachdenken muss, wo man halt seinen Boxer, der eine kleine Hintergrund-Story hat, tatsächlich ein bisschen aufleveln muss und dann seinen Vater rächen muss, um jetzt hier nicht zu viel zu spoilern. Die Sache mit Divinity ist so, dass wir ja momentan eine kleine Pausierung mit drin haben. Das heißt, es wird jetzt nicht diese Woche direkt rauskommen, Divinity, weil ihr seht ja, es ist jetzt eigentlich, es sollte um 17 Uhr rauskommen. Da kommt jetzt wahrscheinlich dieses Video hier raus. Oder kommt es schon um 16 Uhr raus? Ach, keine Ahnung, irgendwie so um den Dreh rum. Ähm, werdet ihr ja dann auf jeden Fall sehen. Diese Woche wird wahrscheinlich noch kein Divinity rauskommen. Bei nächster Woche bin ich mir noch nicht sicher. Das liegt einfach daran, dass wir gerade ein bisschen im Rückstand sind mit Divinity-Aufnahmen, weil einfach durch Prüfungen, dann durch irgendwelche Krankheiten, durch irgendwie familiäre Sachen ist da einfach zu viel dazwischen gekommen. Es ist halt immer schwierig, wenn viele Leute sich zu einem Aufnahmetermin immer treffen müssen. Das ist halt immer nicht so ganz einfach. Besonders, wenn alle halt irgendwas Unterschiedliches machen. Gerade Sascha arbeitet ja hier, Christoph auch inzwischen. Äh, Christoph hat jetzt seine Prüfungen fertig gemacht. Und ich habe ja jetzt auch gearbeitet, hatte meine Prüfungen und da war es halt doch ein bisschen schwierig. Das heißt, Divinity schiebe ich nochmal ein bisschen nach hinten. Das ist jetzt, wie gesagt, eine kleine Pause, aber es wird auf jeden Fall wieder kommen. Punch Club ist ja jetzt das erste neue Singleplayer-Let's-Play, das reinkommt. Und ihr seht vielleicht, wenn ihr hier ein bisschen weiter guckt in der Liste, das Punch Club dreimal in der Woche kommen wird. Und zwar montags, donnerstags und freitags. Wir gehen weiter zum Dienstag. Am Dienstag wird es die Stream-Ankündigung noch immer geben. Tatsächlich muss ich da überlegen, wie ich das jetzt mache. Ob ich die Stream-Ankündigung jetzt tatsächlich komplett rauslasse oder ob ich jetzt hier halt einfach sage, hey, es gibt einen Stream und Punkt Ende. Ich meine, langsam solltet ihr ja eigentlich wissen, dass ich Dienstag streame. Außer es würde halt ausfallen. Dann kriegt ihr auf jeden Fall einen Dienstag-nicht-Stream-Ankündigung. Also das wird es auf jeden Fall geben, ob ich da jetzt die Stream-Ankündigung mache oder nicht. Natürlich bleibt, was wollt ihr sehen, auch am Dienstag, dass ihr darüber abstimmen könnt, welches Deck ich durchchecken soll. Und Don't Starve ist ja jetzt in letzter Zeit dazugekommen. Also Don't Starve Together mit dem guten Aesthetic ist hier mit reingekommen. Das Ganze wird auch noch, ich glaube, noch ein, zwei, drei, vier Wochen bleiben und alles Mögliche. Und danach kommt ein weiteres Singleplayer. Oder vielleicht muss ich mal noch schauen, ob ich da vielleicht einen Multiplayer noch reinkriege, weil wir haben da doch noch so das eine oder andere. Weiter geht es dann mit dem Mittwoch. Wir haben da Hearthstone und ein neues Projekt tatsächlich. Und zwar möchte ich alle zwei Wochen die Hearthstone-Meta-News einführen. Das ist so ein kleines Format, wo ich über die momentane Hearthstone-Meta rede, welche Decks gerade optimal sind, wo man sagen kann, hey, diese Decks sind halt echt krass. Tatsächlich möchte ich das nur alle zwei Wochen machen, weil Blizzard erstens mal nicht so arg viel patcht. Zweitens mal gibt es nicht so oft eine Deckveränderung in der Meta. Aber es sagt einfach, wenn man Tier 1 entdeckt hat, zum Beispiel jetzt der Heal-Log oder sowas, der ist ja immer momentan noch Tier 1, dann verändert sich das nicht so extrem schnell. Es kommen halt immer wieder neue Decks mal dazu oder es fallen halt mal alte Decks weg und sowas. Und deswegen denke ich, dass alle zwei Wochen hier ganz okay ist. Zusätzlich möchte ich in den Hearthstone-News noch so eine kleine Sektion reinmachen, die ich in Richtung Patch-Notes führen möchte, wo ich dann einfach sage, hey, Blizzard hat mal wieder einen Patch-Notes rausgehauen oder Blizzard hat eine relativ interessante Information rausgehauen, so zum Thema, die und die Karte wird zum Beispiel verändert oder sowas. Oder der Effekt ist jetzt anders oder sowas. Halt so ein bisschen Update in Hearthstone insgesamt, dass ihr euch da ein bisschen mehr reinführen könnt. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere von euch so ein bisschen die LoL-Trends von Maxim oder sowas kennt so in die Richtung tatsächlich. Ich möchte das dann machen, so vielleicht noch ein Play der Woche oder Play des Monats oder Play der zwei Wochen, wie auch immer. Wie gesagt, das Format wird erstmal alle zwei Wochen erscheinen. Erste Folge wird wahrscheinlich dann nächste Woche sein, weil die Meta formt sich ja gerade echt extrem immer noch. Und es war jetzt gerade, es ist ja momentan jetzt gerade wieder so ein Aufstieg von gewissen Agro-Decks und dann wieder der Aufstieg von gewissen Control-Decks. Ich möchte das, dass es sich ein bisschen in der Waage hält, dass ich da dann wirklich kein Bullshit erzähle. Ja, dann wie gesagt, Don't Starve kommt dann auch nochmal eine Runde danach. Das heißt, wir haben Dienstag und Mittwoch so zwei kleine Multiplayer mit drin, hier mit Don't Starve. Und dann kommt am Donnerstag wieder Hearthstone, wieder Punch Club und momentan, wie gesagt, das pausierte Divinity. Am Freitag ist auch wieder der Deck-Check, so wie immer eigentlich. Und dann kommt danach wieder Punch Club und hier ist die tatsächlich noch eine Änderung. Und zwar habe ich mir gedacht, hey, Gwent und MTG Arena, machen wir so ein bisschen ein Wochenendformat draus, weil am Wochenende habe ich, wie gesagt, ein bisschen mehr Zeit. Gut, ich muss jetzt gucken, wie es in nächster Zeit wird, weil es sich doch gerade so ein paar Sachen in meinem persönlichen Leben auch noch geändert haben, wo ich halt gucken muss, wie das Ganze laufen wird und so. Und ja, wie gesagt, Gwent und MTG Arena will ich dann am Wochenende machen, dass wir da so ein schönes Wochenendformat haben. Und das ist, ich denke tatsächlich, das ist eigentlich ganz gut. Samstag, Hearthstone, Divinity und Gwent Magic Arena. Je nachdem, ich muss mal gucken, wie ich das mache, ob ich da mich vielleicht ein bisschen mehr auf Magic speziell spezialisiere oder auf Gwent. Ihr könnt mir auch sehr, sehr gerne mal in die Kommentare schreiben, was eure Meinung dazu ist. Also insgesamt zu dem Plan ist mir das natürlich sehr, sehr wichtig, dass ihr mir sagt, was ihr davon haltet. Und am Sonntag, liebe Leute, kommt immer noch ein Random-Video. Also ich bin ja da gerade so ein bisschen in Isaac wieder drin. Das wird wahrscheinlich wieder so ein bisschen Dungeon-Crawler wieder mehr geben. Vielleicht auch so ein zwischendrin einfach mal so ein Angezockt wieder oder sowas. Vielleicht auch ein WoW und mal gucken. Da gibt es auf jeden Fall viel, was ich spielen möchte. Ich habe mir auch jetzt Monster Hunter World runtergeladen und alles Mögliche. Und Call of Duty habe ich mir runtergeladen, dass ich mal anzocken wollte und alles Mögliche. Das heißt also, da wird es auf jeden Fall noch das ein oder andere Video geben, was halt mal ein bisschen außerhalb von dem Ding ist. Vielleicht zeige ich auch mal wieder Counter-Strike mit den Jungs, dass wir da Counter-Strike reinbringen können oder sowas. Dann natürlich die Stream-Ankündigung gucken. Wie gesagt, müssen wir gucken, ob ich die rausstreiche oder nicht. Und am Abend dann den Stream. So Leute, jetzt gibt es noch eine Sache. Erstens mal, schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung zu diesem Plan rein. Das ist mir super, super wichtig, dass ich weiß, was ihr davon haltet. Zweitens mal, wenn ihr irgendwelche Projekte haben wollt oder Fragen zu Projekten habt, wie zum Beispiel Hollow Knight. Nur hier als Beispiel eingeführt, weil es sicherlich Fragen dazu geben wird. Weil Hollow Knight, habe ich ja gesagt, werde ich auf jeden Fall weitermachen. Und es würde auch auf jeden Fall weitergehen. Die Sache ist nur so, ich habe gesagt, ich will das machen, wenn das neue Update draußen ist. Das neue Update ist noch nicht draußen. Und deswegen können wir da auch erstmal nicht weitermachen. Tatsächlich habe ich mir überlegt, dass wir das vielleicht nach Down Star, wenn bis dahin das Update draußen ist, dass wir es dann nach Down Star weiterspielen dort an dieser Position. Aber wie gesagt, wenn ihr da Fragen zu irgendwelchen Projekten habt, Tazzle, Pokémon oder sonst irgendwie, können wir da auf jeden Fall auch noch drüber quatschen. Ich möchte ja natürlich, dass ihr damit in diesen Plan involviert seid und auch sagt, hey, Scroll, wie sieht es eigentlich damit aus oder damit? Ich kann zwar nicht alles machen, aber ich versuche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr rauszuholen. Zusätzlich wird es eine kleine Abstimmung geben jetzt wieder im Laufe der Woche. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass ich ja erstens mal wahrscheinlich am Wochenende ein Turnier machen werde. Zweitens mal sieht es so aus, dass ich gerne mal wieder ein Lore-Video machen werde. Und es ist halt so, dass das, das verbraucht halt wirklich viel Zeit, so ein Lore-Video. Das heißt also, wenn ich sowas mache, werde ich das auch nur alle zwei oder drei Wochen, vielleicht sogar jeden Monat nur eins machen. Aber dafür werden dann halt auch Videos gestrichen werden, weil diese Bearbeitung und alles ist halt wirklich nicht so einfach. Und ich möchte mich da wirklich professionell ein bisschen dahinter setzen, dass es halt auch wirklich gut wird. Das heißt also, wenn ihr da Bock drauf habt, auch auf jeden Fall in die Kommentare reinschreiben. Das würde mich freuen. So, noch eine Sache. Und zwar ist es so, ich habe ja mit meinen Mods über diese komplette Thematik auch geredet. Weil, wie ihr ja wisst, sind die Mods mehr oder weniger die Stimmen der Community, möchte ich jetzt einfach mal sagen. Und die Stimmen der Community hat gemeint so, hey, Scroll, wie sieht es aus? Streams sind somit das Highlight tatsächlich auf deinem Kanal, was ich tatsächlich auch so bestätigen kann. Willst du nicht vielleicht noch einen Stream mehr machen? Die Sache ist halt so, dass sehr, sehr viele Leute, also ich glaube tatsächlich 80 bis 90 Prozent auf dem Kanal sind halt Hearthstone-Leute. Und das kann ich auch vollkommen verstehen. Und das ist nämlich der Grund, ob ich mir überlege, jetzt noch einen weiteren Stream einzuführen, einen Hearthstone-Stream, einen zweiten. Hättet ihr da Bock drauf? Die Sache ist halt, ich weiß noch nicht, wie ich das machen werde und wann ich das machen werde. Und das ist tatsächlich so ein bisschen der Knackpunkt, wo ich mit euch drüber reden wollte. Und zwar, wann wollt ihr, wann hättet ihr gerne den Hearthstone-Stream, wenn ich noch einen einführen soll? Soll ich den Dienstagabend machen und den Dienstag-Stream dann irgendwie verschieben? Soll ich vielleicht sagen, hey, Samstagmorgen, da mache ich eigentlich eh nichts. Aber Samstagmorgen ist tatsächlich ein bisschen problematisch. Also Samstagnachmittag, da mache ich tatsächlich eh nichts. Was auch nicht so ganz stimmt, aber das könnte ich umlegen. Wie sieht es aus mit Samstag? Willst du hier, wenn ihr da reinschreibt, willst du nicht am Samstag da nochmal streamen oder sowas? So ein Frühstück-Stream oder sowas? Die Sache ist halt trotzdem, ihr müsst bedenken, ich habe bald wieder Uni in einem Monat knapp. Das heißt also, da muss ich auf jeden Fall wieder ranklotzen, mehr oder weniger. Und ja, da müssen wir mal gucken, wie wir das machen wollen. Also wenn ihr da Bock habt, irgendwie auf noch einen Stream, schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Das würde mich auch sehr, sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Oder ob ich den Random-Stream vielleicht komplett streichen sollte und wirklich den Hearthstone-Stream draus machen soll. Und die Random-Streams halt dann tatsächlich, so wie der Name schon sagt, einfach komplett random machen soll. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. So, dann noch eine Kleinigkeit zu einem weiteren Format. Und zwar hat mich, glaube ich, da der gute Kilian drauf aufmerksam gemacht. Vielen, vielen Dank nochmal hier an dieser Stelle. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht eher unter dem Namen Fessis. Er hat gemeint, Scroll, es ist doch so, dass man meistens Decks erst wirklich versteht und wirklich lernen kann, wenn man die auch länger als jetzt nur einen Deck-Check lang spielt. Also irgendwie so 30 Minuten oder 40 Minuten oder halt auch länger dann sieht. Wie sieht das aus? Möchtest du nicht eine Folge pro Woche oder sowas rausbringen oder pro zwei Wochen von mir aus auch, wo du halt wirklich sagst, du spielst ein Deck eine längere Zeit? Ich weiß noch nicht, ob ich das als Stream machen möchte oder halt als Ding, als Let's Play. Dass man wirklich sagt, ein Deck, das man halt hat, irgendwie, keine Ahnung, wir gehen jetzt hier einfach mal vom Taunt Druid einfach mal aus. Den Taunt Druid einfach mal eine Stunde lang am Stück. Immer, du startest das Ranked, gewinnst oder verlierst, gehst ins nächste Ranked und man lernt halt hier. Man hat natürlich eine sehr, sehr hohe Lernkurve, wenn man das immer wieder aufs Neue versucht. Und das ist halt auch so eine Sache, die ich sehr, sehr gerne machen würde. Ist sehr zeitaufwendig. Also das ist nochmal die Sache, die ich hier einfügen muss. Es ist wirklich, wirklich zeitaufwendig und deswegen könnte ich mir hier vorstellen, dass wir das Ganze als Stream machen und dass wir dann davor immer abstimmen, welches Deck wir tatsächlich dann diese Stunde oder anderthalb Stunden dann komplett durchstreamen. Es gibt keinen Deckwechsel dann, es gibt keine Duelle, es gibt keine Arena oder sonst was. Es geht dann nur um dieses Deck, nur ums Ranked und nur ums Lern. Das heißt also, ich werde euch Fragen beantworten, ich werde euch den Maligen erzählen, ich werde euch sagen, warum ich das und das gemacht habe. Und ihr könnt mich auch verbessern im Chat dann, wenn zum Beispiel sagen, hey, das und das hättest du besser machen können, du hättest da traden sollen, du hättest da face gehen sollen, dann hättest du lethal gehabt, oder solche Sachen. Und ich glaube tatsächlich, dass es eine relativ gute Idee ist. So, das war noch die letzte Idee, die wir tatsächlich hatten. Dann wird es noch ein paar andere Änderungen geben in Richtung Streams und alles Mögliche. Ich habe mir gedacht, dass ich mich irgendwie mal vielleicht auf eine Plattform spezialisieren sollte. Entweder halt Twitch oder YouTube. Tatsächlich ist da die Tendenz momentan eher zu YouTube. Ich möchte dazu natürlich auch eure Meinung wissen, was ihr dazu sagt. Und ja, das war es eigentlich soweit im Discord. Den hat ja der Manu echt wunderschön eingerichtet. Vielen, vielen Dank dafür nochmal. Im Discord ist ja jetzt noch ein zusätzlicher Slot mit reingekommen, der Dex heißt. Darunter findet ihr dann immer die Dex, die ich halt im Stream gespielt habe und alles Mögliche. Da können auch tatsächlich nur wir die Dex reinposten. Also gerade hier nur die Mods und sowas. Wenn ihr da auch Interesse habt an so einem Deck, den könnt ihr da auch sehr, sehr gerne nachfragen. Ansonsten könnt ihr die auch gerne in Hearthstone posten. Wir müssen mal gucken auf jeden Fall, wie wir das machen wollen. Da bin ich auch natürlich für Vorschläge offen. Und ja, das wäre es eigentlich soweit erstmal gewesen. Es gibt noch eine Kleinigkeit, die ich tatsächlich hier anfügen möchte. Und zwar haben wir hier gesagt, wie wir das denn gerne, also wie man das gerne halten möchte. Und es ist jetzt hier nicht irgendwie was Festes schon, bevor ihr jetzt denkt, hey Scroll, was machst du da für einen Scheiß oder sowas. Und zwar ist es einfach so, dass, wie dreht man das jetzt am besten hier um? Und zwar ist es so, dass viele Leute ja immer gefragt haben, hey Scroll, wie sieht denn das aus? Möchtest du nicht mal das Deck spielen? Möchtest du nicht mal das Deck spielen? Oder jenes Deck und alles Mögliche. Und tatsächlich möchte ich das sehr, sehr gerne. Aber wie gesagt, zeitlich ist es halt immer ein bisschen so meh. Und dann haben die Leute halt so ein bisschen den Vorschlag gebracht und tatsächlich hatte ich das auch schon eine Weile im Kopf, dass man das vielleicht so machen könnte. Und zwar gibt es ja die Möglichkeit, dass man sagen könnte, hey okay, wenn ihr sagt, hey ich möchte hier unbedingt, zum Beispiel, ich habe es jetzt vorhin in den Kommentaren gelesen, deswegen gehe ich jetzt da gerade drauf, einen Taunt Warrior unbedingt sehen. Dann könnt ihr sagen, hey Scroll, wie sieht es aus? Hier, spiel mal den Taunt Warrior, kriegst dafür einen Euro und das passt dann. Sodass man halt so theoretisch sich einen Deckwunsch äußern kann für eine kleine Donation. Das war halt so die Idee dahinter, das ist jetzt nicht irgendwie was, was ich jetzt sage, hier, das ist jetzt auf jeden Fall safe drin, ich werde keine Decks mehr spielen, die ihr vorschlagt oder sowas. Nein, es geht darum, dass ich halt ein bisschen hier die Weiterentwicklung reinbringe und dass man halt auch sagt, hey, okay, mir fehlen tatsächlich halt auch noch einige Karten. Und wenn man halt sagt, okay, dann habe ich jetzt hier 10 an Donations zum Beispiel zusammengespart, kann ich mir 10 Packs zum Beispiel machen, kann wieder ein Pack Opening machen, kann durch dieses Pack Opening wieder mehr Karten holen, kann durch die Karten dann die Decks weiter ausbauen und alles Mögliche. Weil mir fehlt zum Beispiel für den neuen Taunt Warrior, wenn wir jetzt damals gerade darauf eingehen, ich bin gerade in Hauston drin wegen Musik und alles nicht, dass ihr euch jetzt gerade wundert, könnte ich mir zum Beispiel einen Dr. Boomcraften oder sowas, der mir auf jeden Fall noch fehlt. Zusätzlich möchte ich diese ganzen, diese ganze Donations, alles Mögliche tatsächlich auch größtenteils verwenden, um sie ein bisschen auf euch zurückkommen zu lassen und das ist nämlich auch so eine Sache, die mir sehr, sehr am Herzen liegt, dass das Ganze auf euch ein bisschen wieder zurückkommt. Und zwar habe ich mir gedacht, Leute, man muss ja einfach sagen, dass die Community gerade enorm wächst und zwar wirklich, ich mache gerade eben ganz grob im Durchschnitt in der Woche ungefähr so 20 Abonnenten oder sowas, was halt echt krass ist, Leute. Also dann nochmal vielen, vielen Dank dafür, es ist halt echt eine supergeile Community. Aber ich möchte euch tatsächlich immer was zurückgeben und das finde ich, es sollte nicht sowas sein, was halt immer da ist, so zum Beispiel sagen, ja, wochenwöchentliches Gewinnspiel oder sowas, sowas ist Bullshit, Leute. Das ist, man kauft sich damit die Abonnenten und das ist echt eine Sache, die ich nicht haben will. Ich möchte meine Leute hier haben, ich möchte, dass ihr nett miteinander umgeht, ich möchte, dass ihr so sozial seid, wie ihr momentan seid und einfach so coole Leute bleibt. Und was ich mir da tatsächlich sehr, sehr gut vorstellen hätte können, wäre halt einfach bei so Abo-Specialen, dass wir das Ganze machen. Weil das ist halt doch immer eine relativ coole Sache, wir haben irgendwie, keine Ahnung, 2000 Abonnenten erreicht oder sowas. Da wird es dann jetzt erstmal hier richtig, richtig coole Blizzard-Karten geben, zum Beispiel jetzt beim Stream, äh, beim Turnier wird es jetzt, dass jetzt dieses Wochenende wieder rauskommen wird, äh, dass wir dieses Wochenende wahrscheinlich stattfinden wird, wird es ja auch für den Gewinner wieder was geben. Und das könnte ich mir dann halt tatsächlich irgendwie damit ein bisschen, mit diesen kleinen Donations irgendwie ein bisschen investieren und alles mögliche. Und das finde ich halt, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin Student, ich verdiene kein Geld, das müsst ihr dazu bedenken. Da finde ich halt tatsächlich das sehr, sehr gut, wenn man dann sagen kann, hey, okay, keine Ahnung, du hast jetzt hier 10 Deckwünsche gehabt oder sowas, jetzt hier in den 2 Wochen oder sowas. Damit hast du dann theoretisch 10 Euro und kannst dann, musst dann nicht komplett aus eigener Tasche dann dieses Ding zum Beispiel zahlen für das Turnier oder sowas. Das fände ich persönlich tatsächlich sehr, sehr gut, ich weiß, ähm, das klingt ein bisschen dumm für euch und alles mögliche, weil, äh, warum sollte man dem Typen Geld geben? Das ist eine ganz ernste Frage und das verstehe ich tatsächlich auch. Ich bin jetzt auch nicht der Typ, der sagt, hey, ich gebe Leuten hier einfach so mein Geld und alles mögliche, auch nicht für einen Deckwunsch oder sowas. Aber, ich meine, das ist auch nicht, nicht, nicht was Verpflichtendes oder sowas. Aber, wenn ihr das halt gerne möchtet und mich da in der Hinsicht unterstützen wollt, könnt ihr das so machen und ich erfülle euch dadurch auch noch eine Kleinigkeit. Und, ja, das finde ich tatsächlich eigentlich eine ganz gute Idee und deswegen wollte ich das halt hier auch mal mit einbringen. Meinung dazu bitte auch auf jeden Fall in die Kommentare. Es ist mir wirklich wichtig, dass ihr dazu was sagt, weil das ist, das ist wirklich eine Sache, die ich sehr, sehr kontrovers immer finde. Ähm, diese Sache von wegen Donations und alles mögliche, weil ich will euch halt eigentlich immer was zurückgeben. Ich weiß nicht, viele sagen, hey, du gibst uns noch täglich Videos und alles mögliche, dafür hast du dir das verdient oder sowas. Aber ja, ich möchte euch halt noch ein bisschen mehr zurückgeben, Leute. Okay, jetzt habe ich genug gequatscht hier erstmal. Wie gesagt, beantwortet da bitte alle Sachen. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr da euch ein bisschen äußern könntet dazu. Das ist jetzt das Informationsvideo zu den ganzen Sachen, die ich jetzt erstmal anbringen wollte. Ich bedanke mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, ihr versteht alles und äußert euch dazu in jeder Hinsicht natürlich. Also, ich bin da froh, wenn ihr da wirklich eure Meinung drunter haut, auch wenn es ein ewig langer Kommentar ist. Ich werde es auf jeden Fall lesen. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich. Haut rein. Bis zum nächsten Mal dann. Tüüüü.